Anpfiff, Angriff, Tor. Sport in der Region Bodensee, Oberschwaben, Allgäu. Eigentlich fühlen wir uns ja noch ein bisschen wie im Sommer, aber die alpine Weltcup-Skisaison hat längst wieder begonnen. Da mitfahren zu dürfen, ist ein Traum für jeden jungen Skisportler aus Deutschland. Aber nur die wenigsten schaffen den Sprung in den Weltcup. Auch Marvin Ackermann von der Ski- und Bergsteigerzunft Bad Waldsee träumte von solchen Großereignissen. Er war auch schon ganz nah dran, war Mitglied des B-Kaders im Deutschen Skiverband. Doch nach einer schweren Verletzung musste sich der Bad Waldseer den Auftakt der Weltcup-Saison in Sölden jetzt im Fernseher anschauen. Tina Löschner. Den Weltcup-Auftakt am Bildschirm zu verfolgen, das fiel Marvin Ackermann nicht leicht. Über den zweiten Platz seines früheren Mannschaftskollegen Fritz Dopfer hat er sich aber trotzdem gefreut. Ich freue mich natürlich für den Fritz, der hat es super gemacht. Skifahren ist für den Oberschwaben kein Thema. Zu schwer war die Verletzung im Januar dieses Jahres. Es passierte bei einem Abfahrtsrennen in Wengen. Ich habe mir Mitte Januar beim Europacup in Wengen das Kreuzband gerissen, das Innenband angerissen, einen Knorpel- und Meniskusschaden und eine Knochenstauchung im Knie zugezogen. Dann ging bei einer OP was schief, dann kam eine Infektion ins Knie, was das Ganze natürlich nur den Heilungsprozess sehr gestreckt hat. Jetzt bin ich froh, wenn ich in ein bis zwei Monaten wieder privat fahren kann. Also Leistungssport ist eher schlecht momentan. Damit ist seine Karriere beendet, sagt Ackermann. Beendet ist damit auch eine Zeit des Leidens. Innenband- und Kreuzbandriss, Patellasehnenreizung, Knochenstauchung und schließlich ein Meniskus- und Knorpelschaden. Die Liste seiner schweren Verletzungen ist lang. Umso bemerkenswerter, dass er sich jahrelang immer wieder in den Skisport zurückkämpfte. Acht Jahre betrieb er Leistungssport und war die meiste Zeit des Jahres im Training. Während dem Abitur, das habe ich 2010 gemacht, ging nur ein- bis zweimal am Tag Training. Also je nachdem, wie es von der Schule her möglich war. Dann, als ich bei der Bundeswehr als Sportsoldat angestellt war, waren wir bis auf zwei Monate Ausbildung bei der Bundeswehr selber komplett abgestellt für den Sport. Da waren dann zwei komplette Trainingseinheiten am Tag möglich, sechsmal die Woche. Und dann natürlich das ganze Skifahren zusätzlich von, keine Ahnung, ich habe es am Schluss nicht mehr gezählt, um die 180 Schneetage. Auch wenn er sich den Traum von Olympia als Fahrer nicht mehr erfüllen konnte, kann er doch auf viele gute Erfahrungen und große Erfolge zurückblicken. Er gewann Juniorenmeistertitel, wurde sogar 22. in einem Weltcup-Rennen. Und er weiß, was es bedeutet, wenn man als Skirennfahrer alleine im Starthaus steht und eine drei Kilometer lange Abfahrt vor sich hat. Der Start beim Heimweltcup in Garmisch war natürlich für mich persönlich das größte Highlight, wo viele Freunde, Familie alle gekommen sind. Ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, aus Bormio gilt als eine der drei schwersten Abfahrten der Welt. Ich bin ja am Start gestanden mit 17, soweit ich weiß. Und da ging mir schon einiges durch den Kopf, aber das ist eher eine positive Anspannung. Super Adrenalin, wird jeder Sportler irgendwo erkennen. Um solche Abfahrten zu meistern, holte Marvin Ackermann sich auch Tipps von den ganz Großen des Skisports. Wippenbaudi-Müller habe ich nie groß geredet, aber im deutschsprachigen Bereich hat man dann schon alle gekannt, vom Hürscher, der mal mit uns trainiert hat, über einen Walchhofer früher, Hermann Mayer, habe ich leider verpasst. Das ist in dem Moment nur das große Vorbild gewesen. Ja, aber man konnte sich viel abschauen. Hat auch oft mit den Österreichern dann trainiert und dann die ein oder anderen Sachen mehr erfahren. Mit den ehemaligen Kollegen wird Ackermann in Zukunft weniger zu tun haben. Der junge Mann aus Bad Waldsee möchte dem Skisport aber treu bleiben. Er möchte eine Trainerausbildung machen, irgendwann eine Mannschaft übernehmen und er hat bereits einen Freund im Skispringen gecoacht. Doch auch abseits der Piste hat Ackermann neue Ziele und Aufgaben. Ich studiere seit zwei bis drei Wochen in Weingarten jetzt Bewegung und Ernährung. Also für mich persönlich ist es eine enorme Umstellung, jetzt wirklich mit geregelten Tagesabläufen, mit mehreren Stunden Vorlesungen dann am Tag. Also ich hoffe, dass ich schnellstmöglich wieder reinkomme und das dann gut meister. Bisher viele nette Leute kennengelernt und das Studentenleben würde ich auch gerne mal ein bisschen genießen. Ich fange jetzt auch wieder an mit Fußballspielen bei mir zu Hause im Heimatverein. Ich bin ein großer Fan vom VfB Stuttgart und würde jetzt da auch, wenn ihr jetzt mehr Zeit habt, gerne öfter mal ins Stadion gehen und die Live mal anfeuern. Sport in der Region Bodensee, Oberschwaben, Allgäu. Immer montags zwischen vier und fünf. Im Land, im Leben. SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim.